Hiho und willkommen zurück, meine lieben Freunde der Zauberer-Zugt zu Battle Mages. Ja, die letzte Folge lief etwas komisch, der Schluss. Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Deswegen haben wir jetzt mal eine Pause gemacht und machen das jetzt alles nochmal. Oh, hi, wo kommst du denn hier? So, unsere Ballista hat hier diese Stufe erreicht. Vorwärts, vorwärts. Wie praktisch. Vorwärts, vorwärts. Wir werden uns schnell von ihnen verabschieden. So, da kommt ein Trupp-Skelett-Krieger, die kriegen wir auch gleich dauernd. Also schwarze Krieger, besser gesagt. Wir finden es heraus. Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Wir werden uns schnell von ihnen verabschieden. Wir werden uns schnell von ihnen verabschieden. So, jetzt müssen die kriechende Tode weg. Verwundet und getötet. Oh, ich muss die Koppel jetzt hochheilen. Oh, oh. Ja. Riecht hier irgendwas verbrannt? Mit dem Feuer ein bisschen vorsichtiger. Ja, keine Sorge, los geht's. Keine Sorge, los geht's. Ich brauche mehr, Mann. Es ist ein wenig schwierig. Okay, die Ballista kann ich auch nicht mal heilen. Das ist das Hausproblem mit dir. Lachtet sie! Still! Wir werden uns schnell von ihnen verabschieden. Seid gegrüßt! Okay, die Ballista ist noch in Ordnung. Du wiederum nicht. Da haben wir einen Bomber verloren. Okay. Laden wir das Ganze nochmal. Wir finden es heraus. Wir finden es heraus. Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Ich verstehe. Ich lasse mich doch mal jetzt nicht entbutigen. Keine Sorge. Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Jawohl! So, erstmal die loswerden. Der kriecht den Tod hier. Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. So, jetzt kommen hier Skelette. Vorwärts! Ich verstehe. Vorwärts! Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Also erstmal Schwarze Ritter. Still! Vorwärts! Vorwärts! Wie jetzt auch meine Fernkämpfer hier unten abgesehen haben. Aber das ist jetzt nicht so wild. Ihr habt eine Aufgabe für mich? Mehr ja als nein. So, jetzt versuchen wir erstmal mehr. Mehr ja als nein. Etwas taktisch. Ihr habt meine Gedanken gelesen. Ich verstehe. Ich verstehe. Und locken erst einmal. Verwundet und getötet. Die Jungs zu uns. So läuft das viel besser. Okay, wir haben da einen Komplettverlust. Ja! Zum Sieg! Wen töten? Ich brauche mehr Manna. Okay. Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Und ja, das da ersetze ich am besten. Toll, ich kann nur Zauber ziehen, die ich auch sprechen könnte gerade. Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. So, jetzt die schwarzen Ritter hier weg. Da müssen auch die... Zombie ist da oben weg. Zombie ist da oben weg. Ja, es ist vollbracht. Nun, wenn die Zugriff zu dem Riss frei sind, wird es einfach sein, in die Luft zu springen. Vorwärts! Vorwärts! So, jetzt können wir mal sicherheitshalber hier an der Stelle den Quicksale machen. Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Wen töten? Sind schon so gut wie da. Ah, nun, wir wissen nicht. Nun, wir wissen nicht. So, ihr nehmt die Frostklinge. Aha. Das ist nämlich am besten, wenn... Aha. ...Herkämpfer einfrieren. Sind schon so gut wie da. Nun, wir wissen nicht. Ihr habt eine Aufgabe für mich. Vorwärts! Vorwärts! Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Vorwärts! Vorwärts! Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Und ja, wenn die Ballista noch ein Level ab hat, dann kann ich sie, glaube ich, oder hoffentlich zu einem Panzer upgraden. Was mir dann wirklich den nötigen Ömpf verpassen wird. So, in der Zombie-Höhle sind noch zwei Trupps Zombies. Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Jawohl! Oh-oh! Und ja, man merkt, Goblins sind nicht ganz so anfällig gegen das Gift. Wie es zum Beispiel die Menschen sind. Euer Wunsch ist mein Befehl! Ungeachtet aller Hindernisse! Hörst! Stärker! Vorwärts! Vorwärts! Ich verstehe. Das heißt, jetzt werden wir uns auf den langen Weg zurück machen. Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Zurück machen. In diese Stadt. Die wird halt wieder ordentlich belagert. Also besser gesagt, die Städte werden ordentlich belagert. Achso, und den Zauber muss ich noch studieren. Jetzt habe ich alle Zauber. Ja, will ich den magischen Nebel? Ja, ich will den Nebel, der alle vergiftet. So, meine Armee marschiert. Ich muss Truppen ausgleichen. Also ja, magische Fähigkeit ist auf Maximum. Ich glaube, ich nehme da als nächstes mal, wenn wir genug Erfahrung wieder zusammen haben, die... Jawohl! Ähm... Vorwärts! Die letzte Spezialfähigkeit, die ich haben kann. Vorwärts! Das Gemeine ist, ich finde im Internet das Handbuch zu diesem Spiel nicht. Und... Es ist nicht bei der Steam-Version dabei. Ich finde leider nur das Handbuch vom Nachfolger. So, sicherheitshalber hier nochmal ein Quick-Safe machen. Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Vorwärts! 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 Ich bin jetzt auf, um langsam nachzulassen. Jedenfalls ist die hier nicht mehr sonderlich stark. Wir finden es heraus. Ihr habt eine Aufgabe für mich? Ich verstehe. So, Ballista seine Stufe aufgestiegen. Ich verstehe. Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Ich verstehe. Hm? Ihr habt eine Aufgabe für mich? Ich verstehe. Wir sorgen dafür, dass niemand etwas merkt. Wir finden es heraus. So, jetzt... Meine Pfeile sind scharf. Ich kann dich tatsächlich aufwerten. Und jetzt bist du ein Panzer. Los geht's! Ah, schön. Ich habe Panzer, also eine Tankkette. Vorwärts, vorwärts. Spione kann man nicht aufwerten. Ich kann aber meine Speer-Goblins... Okay, ihr seid nicht in der richtigen Start. Und? Euch beide noch. So. Ihr habt eine Aufgabe für mich? Ich verstehe. Ich verstehe. Also ja, noch ein paar Erfahrungspunkte brauch ich. Oh. Vorwärts, vorwärts. Ich verstehe die ganze Zeit den Fallschutz-Zauber, kann das sein. Euer Wunsch ist mein Befehl. Schneller! Schneller! Höher! Höher! Stopp! Stopp! Das war eigentlich nicht so gedacht. Äh, wo war der letzte Quicksave? Ja, hier. Das war bevor... Wir in die Stadt gekommen sind. Vorwärts, vorwärts! the passt nur in die Strache, nehmt. dw High? Wir sehen uns ja im Studio, ohneцу. và wir sehen uns ja vielleicht nur noch,